Nachdem am Freitagmorgen um 5.17 Uhr eine Regionalbahn am Wildsäcker Tunnel zwischen Bitburg-Erdorf und Kühlburg entgleist ist, begannen am Samstagmittag die Bergungsarbeiten mit einem Kram. Zuvor wurden am Freitagnachmittag mit einem Bagger die Geröllmassen von den Gleisen gebracht. Links und rechts entlang der Zugstrecke wurde das Geröll aufgetürmt. Der Erdrutsch hat im Wald neben dem Tunnel eine große Schneise der Verwüstung hinterlassen. Ein Auto wurde ebenfalls in die Tiefe mitgerissen und völlig zerstört. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich im Fahrzeug ein Mensch befand, wurde umso vorsichtiger gearbeitet. Es konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden, der Besitzer meldete sich fassungslos bei den Einsatzkräften. Vor Ort im Einsatz ist ein 160 Tonnen Schienenkran aus Leipzig und der Hilfzug aus Trier. Im Laufe des Samstages stellte sich heraus, dass die Bergung schwieriger ist als zunächst erwartet. Ein Bahnsprecher teilt mit, unser Bergungstrupp arbeitet derzeit daran, die großen Mengen Schlamm und Geröll unter dem Zug wegzuschaffen. Dafür kommt im engen Tunnel ein kleiner Bagger zum Einsatz. Sobald das weitestgehend abgeschlossen ist, soll eine weitere Diesel-Lok den entkleisten Triebzug so weit aus dem Tunnel ziehen, sodass der Kran ihn anheben und wieder auf die Schienen setzen kann. Anschließend ist geplant, den Triebzug in die Werkstatt nach Köln abzuschleppen. Danach können dann die Schäden an den Gleisanlagen begutachtet und der Reparaturbedarf ermittelt werden. Die vordere Achse des Zuges ist bei dem Auffahren der Geröllmassen entkleist. Der Streckenabschnitt zwischen Kölburg und Erdorf ist für weitere Tage weiterhin gesperrt. Die Bahn setzt zwischen den beiden Haltenstellen Busse ein.